So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Guckt euch mal dieses Milzer an, was hier zu Hause einfach rumsitzt. Da werfe ich jetzt mal eine Sanana-Bäre drauf, nehme einen Super-Boll, werfe daneben und mal gucken, ob das dann drin bleibt. Ihr seht, wir haben Celebi als Hintergrundbild, wir haben ein grünes Milzer, wir haben eine grüne Location, grünes Licht, alles dabei. Ich möchte nämlich mal wieder ein paar Sachen abholen, weil ich ja die ganzen Forschungen in den Spezialforschungen jetzt da drin habe, auf dem Habanero Lime Free-to-Play-Account, mit dem ich jetzt hier, ja, was mache. Die ganzen Levelaufstiege habe ich auch in einem Video nochmal gepackt, die kommen dann auch, aber damit ich mit den Forschungen irgendwie weiterkomme, muss ich immer das obere Pokémon hier abholen. Und da haben wir schon Mew abgeholt, wir haben glaube ich schon ein Video mit Meloetta gemacht. Mew, haben wir schon Girachi? Ich weiß es nicht. Jetzt ist auf jeden Fall Celebi am Start. Das möchte ich jetzt erstmal abholen. Celebi, wo ist Celebi? Hier seht ihr Celebi. Oh mein Gott, guck mal, grünes Licht, daneben ein Celebi. Wir werfen dann einfach drei Bälle drauf, um zu gucken, ob das irgendwann drin bleibt. Und wie ich es in den anderen Videos auch gemacht habe mit Mew und so weiter, haben wir dann die restlichen Belohnungen von den anderen Forschungen, die rechts alle bei Spezial stehen, immer mal ein bisschen mit abgeholt. Da ist ja so viel Zeug durcheinander. Aber ihr seht, selbst wenn ihr in 100 Jahren anfangt, Pokémon Go zu zocken, euch entgeht eigentlich nichts. Weil die meisten Forschungen, gerade die für die mysteriösen Pokémon, werden euch nachträglich immer wieder hinterher geworfen. Wir können die dann anfangen, nach und nach das machen. Das ist jetzt mein Celebi hier auf dem Habanero Free-to-Play-Account mit drei Sternen, 14, 11 und 13. Das ist ganz cool. Das kann man ja wahrscheinlich eh nicht verschicken. Und jetzt mal schauen, was wir hier noch zum Abholen haben. Das müsste auch noch von der Celebi-Forschung sein. Da können wir hier noch ein bisschen EP abholen. Hier ist noch eine super Brutmaschine drin. Da ist Staub dabei. Die Leute fragen mich, hey, ich denke, du bist Free-to-Play. Wo hast du denn die Brutmaschine immer her? Gerade hier in diesen Herausforderungen, Spezialforschungen, den ganzen anderen Quests. Da sind so coole Sachen manchmal drin. Auch hier in der Level 43 Herausforderung seht ihr doch. Dreimal Knursp ist hier dabei. Da gibt es wieder EP, da gibt es Staub. Hier sind auch drei super Brutmaschinen dabei. Die super Brüder versuche ich dann immer für Zwölfer- und Zehner-Eier zu nutzen nebenbei. Die blauen hebe ich mir eigentlich immer mal auf. Falls ich doch irgendwann mal ein Eier-Video machen möchte noch mit lauter Zwölfer-Eiern. Oder falls es doch mal irgendeine Aufgabe ist in irgendeiner Forschung, dass man... Ist auch schon wieder fertig. In irgendeiner Forschung nochmal eine Aufgabe drin ist, wo man wieder was brüten muss. Hier gibt es auch wieder Staub. Hier gibt es 4300 EP. Hier ist noch ein Pokémon drin. Ein Ninja-Tom. Bei manchen Pokémon weiß ich noch nicht mal, ob ich die überhaupt schon habe. Vielleicht sind sogar noch ein paar Pokédex-Einträge dabei. Da bin ich nämlich auch gerade dabei, den Pokédex bei dem Free-to-Play-Account zu vervollständigen. Das heißt, ich mache jeden Tag auch einen Spezialtausch mit Freunden, mit meiner Freundin, mit Bekannten oder mit mir selbst. Um Sachen im Pokédex zu registrieren. Ninja-Tom war schon da, hat nur zwei Sterne. 15, 10, 10. Haben jetzt hier auch nochmal drei Sonderbonbons. XL. Eine Begegnung mit Galapafloss. Das könnte sogar neu sein, oder? Nee, Galapafloss. Flapterix. Ich blicke nicht durch. Das sehen wir gleich. Wir fangen einfach immer alles weg, was jetzt hier ist. Da seht ihr auch mal zur Auffrischung, querbeet, was in der Level 43 Forschung überhaupt so drin war. Das war nicht neu. Das hat auch nur zwei Sterne. Gibt es ja auch als Shiny. Sieht auch lustig aus. Hier ist noch eine Meltan-Forschung. Da können wir was abholen. Da kriegen wir schon wieder drei Premium-Raid-Pässe. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Pässen auch machen soll. Die Trainer-Hoffnungs-Medaille vorantreiben. Nehmen wir natürlich mit. Kriegen hier auch wieder neue Aufgaben. Fang zwei Amonitas oder Kabuto. Fang zwei Lilieb oder Anoret. Fang einer Aerodactyl. Joa. Steins-Event. Abenteuerwoche. Oder aus Rocketrübeln. Da hatte man eine Zeit lang immer Glück. Jetzt geht hier schon wieder los. Ein tausendjähriger Schlaf. Eins von sieben. Dann hier auch wieder Pokémon-Begegnungen mit Pummel-Luft. Das ist schon wieder die nächste mysteriöse Spezialforschung. Wo auch wieder hinten was drin ist. Das ist dann wahrscheinlich Girachi. Also habe ich Girachi doch noch nicht gehabt. Wenn es nicht Girachi ist, dann schreibt es mir rein. Wer schläft denn so lang? So. Nehmen wir das untere auch mit. Da sind auch Module da. Schmeißen das hier aufs Barsch war noch drauf. Lande sieben. Großartige Würfe. Ist auch fertig. Wo das hingehört, weiß ich nicht. Das war vielleicht auch irgendwo noch mit dabei. Ihr seht, es ist immer ein Riesen-Quest-Chaos. 93 Prozent. Drei Sterne. Holen die Module noch ab. Verdienen die Höhen-Gold-Medaille. Wird auch gleich fertig. Das ist nämlich wieder die nächste Seite. So. Gehen wir nochmal hoch. Gucken hier. Das. Aber wieso habe ich das abgeholt? Hätte ich die drin lassen müssen. Ne, weil der muss ich sowieso so weit hindern, bis man dann das Mysteriöse hier rauskriegt, um unten dann den Rest abzuholen, der bis dahin fertig ist. Das ist ein ganz eigenes Konzept, was da drin ist. Fang drei Flurmel, entwickle einen Barsch war. Das haben wir vorgelesen. Hier haben wir auch die Matteo-Aufgaben, wo es auch EP gibt. Zwei Pokémon-Belohnungen. Ich weiß immer noch nicht, wieso Leute Probleme mit Matteo haben. Ich habe jetzt drei Tage hintereinander für die Quest. Ein und dieselbe Route genommen. 500 Meter lang. Bis zum Ende. Da stand direkt Matteo. Geschenke tauscht. Fertig. Nächsten Tag wieder. Nächsten Tag wieder. Also ich hatte immer Glück beim ersten Mal auf derselben Route, dass der am Ende direkt da stand und das alles gepasst hat. Ist da nochmal ein Sneeble drin. Hat ja letztens auch Showcase gehabt. Nehmen wir mal mit. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ist ja auch hier von der Hisui-Region. Wir werden das auch. Schauen hier rein. 11, 11, 11. Also das ist eigentlich nichts. So, jetzt haben wir das. Wir haben das. Wir haben den Rest hiervon von Matteo. Der hat aber auch noch eine letzte Seite. Das heißt, der kommt bestimmt gleich und redet mit uns, oder? Nö. Der sagt einfach nichts. Sind aber jetzt auf der letzten Seite bei den Freundschaftsruten von Matteo und können die abholen, dass die verschwindet und nicht mehr bei den Spezialforschungen steht und haben hier nochmal ein Sneeble drin. Jetzt sind die Showcases vorbei. Jetzt brauche ich die aber auch nicht mehr. Jo, hätten wir uns die WP gemerkt von dem eben. Hätten wir ja genau sehen können, ob das jetzt besser ist oder schlechter. Ich tippe mal drauf eben, das war so schlecht, dass das hier besser sein muss. Wir bewerten das. Ist auf jeden Fall besser mit 13, 12, 12. Das andere hatte ja nur 11, 11, 11. Jetzt ist die weg. Ein tausendjähriger Schlaf haben wir noch. Mehr zum Meltan haben wir noch. Level 45 Herausforderungen. Mit 45 Mal in der Go-Kampf-Liga kämpfen. Da habe ich zwei. Da gibt es auch wieder Raid-Pässe. Und dann sind hier die abgeschlossenen. Das ist cool. Das heißt, ich müsste irgendwann mal wirklich hier in der GBL irgendwas machen, dass ich hier weiterkomme. Hier, das ist sowieso so einfach. Doch, wir müssen ein tausendjähriger Schlaf irgendwie zu Ende bringen, um darüber dann das nächste Video, so wie das hier eben aufzunehmen, dass man ein mysteriöses abholt und gleich bei den Spezialforschungen. Vielleicht sind bis dahin schon wieder andere Spezialforschungen aktiv oder verfügbar. Das weiß ich jetzt nicht. Das sehen wir ja dann. Wie gut war euer Selebi auf jeden Fall? Scheinlich Selebi, keine Tickets, alles hin und her, Account, hier Free-to-Play und so. Aber man nimmt einfach mit, was man kriegen kann. Das weiß ich, schmeißt man eh wieder weg. Es geht einfach nur noch ums Abarbeiten, Mitnehmen, Weitermachen, mal aufräumen und irgendwann vielleicht auch einen Durchblick haben. Sonst war es das jetzt schon wieder mit dieser Selebi-Folge. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Wie sieht das denn aus? Euer Ramses und das ist Groudon vom Hannes. Penis.